Die gehören nicht zu den Zeugen Jehovas. Wir sind bibelgläubige Christen. Und wir sind hier, um das Wort Gottes zu verkündigen. Und das Wort Gottes ist eine Rettung für jeden, der daran glaubt. Aber eine Torheit für jeden, der verloren geht. Jesus Christus ist keine Religion. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jeder Mensch sucht nach etwas. Aber Jesus Christus ist das Ziel aller Dinge. Er, der Mensch Gott, echter Mensch und echter Gott. Er gab sein Leben hin, damit wir heute leben können. Denn die Kirche ist nicht in uns wohl und in uns ein. Aber Jesus Christus ist das wahre Leben. Und er schenkt Freiheit, er schenkt Liebe, er schenkt Gnade. Und jeder Mensch von uns braucht diese Gnade. Denn ohne Jesus Christus gehen wir verloren. Und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und der einzige Weg zum Himmel. Der Himmel ist nicht das, der gute Mensch, der nicht das, der Mensch, der verkehrt wird. Durch Jesus Christus. Jesus Christus starb für uns. Er wurde Mensch. Damit du heute leben kannst. Er wurde verspottet. Er wurde geschlagen. Er wurde gepeitscht. Er wurde aufs Kreuz geschlagen. Er brach seinen Mund durch Aufsatz in die Bibel. Damit du diese wunderbare Erlösung erfahren kannst. Durch Jesus Christus.